Minus Autobahn. Minus immer schneller. Minus Druck, Neid, Angst, Zwang. Was hat das denn mit dem Glück zu tun? Na, im Prinzip könnten wir uns Menschen auf der Erde ein richtig schönes Leben machen. Wir könnten von der Arbeit der Maschinen leben. Wir könnten Maschinen bauen, die lange halten. Richtig lange. Die nichts fressen, was die Sonne nicht hergibt. Mein Onkel hatte mal einen Mercedes. Der ist eine Million Kilometer gefahren. Auch nur mit Pommesöl. Eine Pommes wäre geil. Eine Pommes wäre wirklich geil. Wir könnten leben wie im Schlaraffenland. Und uns darauf konzentrieren, bessere Menschen zu werden. Machen wir nicht. Im Prinzip könnten wir glücklich sein. Also sowas wie das hier. Meinst du, da gibt's Pommes? Nee. Richtig geile Bratkartoffeln. So mit Speck. Ne, mal ein Pommes rot-weiß. Nee, ein bisschen Zwiebeln. Die Pommes rot-weiß. Glocke, ey. Scheiß drauf. Juhu. Jackie muss draus machen. Haben wir das nicht hundertmal ausgemacht? Geraucht wird's unter dem Haus. Also bitte abmarsch. Ihre Pommes-Bestellung, wie haben Sie gehört? Äh. Hallo? Das ist hier nichts für euch. Ist das der Weg hier? Nein, 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 nein. Das ist hier nicht eure Veranstaltung. Ist das jetzt Ihr Ernst? Wir wollen nur was essen, okay? Mehr wollen wir gar nicht. Das ist hier nichts für euch. Ich möchte die Herrschaften gerne zum Essen einladen. Wir brauchen euer verdammtes Geld nicht. Sieh mich nicht an, okay? Da geht's raus. Und nichts kaputt machen hier. Soll ich die Polizei holen? Ja? Ja, okay. Dann hol ich die Polizei. Sollte es ja so. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Ich verstehe einfach jetzt. Muss man diskutieren. Wir können jetzt einfach gehen. Mann, lass doch einfach gehen jetzt. Lass einfach gehen. Alter, bist du jetzt in Spanien? Scheiße. Ich denke, wir sollten weiter. Wir sollten aufbrechen. Ich finde es eigentlich schön hier. Ich auch. Das haben wir alles Friedrich zu verdanken. Untererwartet. Und Winter wird es auch wieder. Also mir hat er was anderes erzählt. Du hast mit Friedrich gesprochen? Echt? Ja, geschettet. Was hat er gesagt? Also mir hat er gesagt, wir haben alle Zeit der Welt. Und irgendwas mit, wir sind reich an Sonnen und Katzmin, Katzmin aufgeschrieben. Ist ein bisschen verstaubt, aber irgendwie auch saukool. Wachse du wild. Wie die Natur ist dir befiehlt. Lass den Donner grollen. Suche Schutz unter der Wolke, während die anderen in Wagen und Schuppen fliehen. Nicht Arbeit, sondern ein Spiel sei dir Bruder wert. Genieße das Land, aber besitze es nicht. Scheiß auf den Winter. Such mich. Ich heiße nicht Glocke und ich komme nicht aus Hamburg. Ich habe keine Tiere aus Zuchtbetrieben befreit. Keine gestrandeten Flüchtlinge betreut. Ich habe mich noch nie mit Polizisten geprügelt. Ich habe sowas hier noch nie gemacht. Mann, das ist doch scheiße! Alles, was wir sind, ekelt mich an. Ich, ich, ich. Nichts ist echt. Mann, ich will einfach hier raus. Da gibt es einen Friedrich, der in der Natur lebt und Follower sucht. Was soll ich denn im Wald? Für den Weg dorthin... Ey, das schlitt! Gibt es drei Regeln. Wir müssen da runter. Unter keinen Umständen zurückschauen. Kein Wort darüber, wo wir herkommen. Und umarme das Neue. Herrlich hier. Dann nimmt man doch kein verficktes Schoßhündchen mit. Was machst du dann hier, Schnucki? Zeig doch mal. Könnt ihr jetzt mal erklären, was hier los ist? Ich habe belogen. Ich habe mich zu beeindrucken. Die Antwort ist unbefriedigend, klar? Sag was! Wenn du das verrätst, bringe ich dich um. Hör auf! Im Prinzip könnten wir uns Menschen auf der Erde ein richtig schönes Leben machen. Hast du Kondom? Kleiner Ficker, du Eider. Im Prinzip könnten wir glücklich sein. Ich will hier nie wieder wegkommen. Stopp! Mal, wo kommst du denn her? Kacken? Sorry.